So liebe Gäste, liebe YouTuber, heute wird mal wieder Pizzaofen angeschmissen und zeigt euch TV Alpino 21 NRW, wie man eine richtig schöne italienische Pizza macht, eine originale italienische Pizza, so dann bis später, der Ofen muss jetzt erstmal richtig angeheizt werden, Feuchtigkeit muss raus, ich lasse ihn jetzt ungefähr 2-3 Stunden brennen, Hallo Maria Uwe, Hector, kommst du weiter jetzt, der Spritz war uns für dich Ja, tue ich Ja, tue ich Boah, jetzt sieht man aus Boah, wie sieht denn aus Super So, dann nimm du jetzt meine Hand, weil ich muss sie jetzt drehen Ja, komm 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 Das war jetzt in der Zeit, die Salami, Spinnati, Pepponi. Das ist ein Pesach. Das ist eine X-L-Pizza, das ist mindestens 35 cm. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, Marco! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZC, komm zu meinen filmen Kommst du beim Filmen? Das ist ein Gelreit. Jetzt könnte sie sein. Die letzte Pizza mit der letzten Pizza. Ist jetzt nicht mal so heiß. Aber das ist jetzt die letzte Pizza. Oh, jetzt muss es einfach auswählen. Es bringt gern.